Hallo und herzlich willkommen zum Wetter hier bei wetter.net. Momentan erleben wir wirklich ein verrücktes Aprilwetter an diesem Wochenende. Da gehen die Temperaturen nachts zurück auf unter minus 5 Grad und direkt über dem Erdboden, da können es sogar regional bis zu minus 10 Grad werden. Ja und dann nächste Woche, da startet quasi der Frühsommer durch mit Temperaturen, die sich immer mehr der 25 Grad Marke nähern und die könnte dann vielleicht sogar schon im April am Karfreitag erreicht werden. Doch schauen wir uns zunächst mal die Wetterlage vom kommenden Wochenende an. Und dann sehen wir, am Samstag werden gerade mal noch 4 bis 9 Grad erreicht. Vor einer Woche, da waren das hier am Samstag noch Werte über 20 Grad. Ja und auch am Sonntag bleibt es kühl mit 8 bis 14 Grad. An beiden Tagen gibt es viele Wolken, stellenweise etwas Regen und regional kann es am Samstag und auch am Sonntag mal Schneeflocken bis in tiefere Lagen geben. Am Montag, dem Beginn der Karwoche, wird es mit 9 bis 16 Grad dann schon etwas wärmer. Ja und der Rest der Karwoche, der bringt dann immer wärmere Luft. Am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, da steigen die Temperaturen immer weiter an. Am Mittwoch 15 bis 21 Grad und am Donnerstag gibt es schon wieder viel Sonnenschein. Das Ganze bei 16 bis 23 Grad. Sehr spannend ist seit Tagen die mögliche Wetterlage am Karfreitag. Wir haben dann ein Hoch bei Nordeuropa und zugleich hier ein Tief bei Frankreich. Und zwischen dem Tief und zwischen dem Hoch, da könnte sehr warme Luft bis nach Deutschland strömen. Und das würde am Karfreitag die Höchstwerte deutlich nach oben treiben. Hier mal die aktuellen Prognosewerte für den Karfreitag. Es ist zwar noch ein bisschen hin, aber doch schon sehr spannend. Und wir sehen hier im Osten und Norden teilweise Temperaturen um 21 Grad. Ähnliche Wetter auch hier im Süden, aber der Westen, der könnte dann den Vogel abschießen. Hier teilweise 24 bis regional 25 Grad entlang des Rheins. Und damit wäre dann das Sommerkriterium zum ersten Mal in diesem Jahr erfüllt. Und das am Karfreitag, also noch im April. Also eine sehr spannende Wetterlage. Ja und das Wetter für euren Ort, das gibt es natürlich wie immer hier bei uns unter www.wetter.net. Tschüss, bis bald.